Ja, wir sind kurz oberhalb von Preda und wollen zum Laipalbuenia hinaufstampfen und dann einfach mal gucken, wie es weitergeht. Einfach durch die wunderschöne, verschneite Winterlandschaft Wir laufen aktuell gerade auf der verschneiten und gesperrten Albu La Paz Straße rauf. Also im Sommer fahren hier die Autos und im Winter ist hier niemand außer uns. Wow, wunderschön hier. Wunderschöne 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Es war eine wunderschöne Wanderung für mich. Fast eine der schönsten Schneetourwanderungen dieses Winters. Tief verschneit alles von den Schneefällen. Traumhaft, unberührt. Und tolle Aussichten mit tolle Aussichten auf die Zwillinge, hinter uns waren die Zwillinge, also wunderschön. Und das ist ja nicht so schwer.